Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier bei mir auf diesem etwas anderen Video, auf diesem etwas anderen mehr frei von der Schnauze Video. Und zwar gibt es, wie ihr schon wahrscheinlich im Titel gelesen habt, Neuigkeiten, Neuigkeiten, die ich euch gerne erzählen möchte, beziehungsweise andere Veränderungen auf eben diesem Kanal. Ja, fangen wir gleich, reden wir nicht lang um den heißen Brei herum einmal. Sorry, über das die letzte Woche nichts kam, bis auf das Video hier. Das liegt, also die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen wahrscheinlich, warum das Ganze so ist. Und zwar habe ich nämlich zwei Tage Urlaub in Graz bei uns gemacht. Ja, wer das nicht verpasst hat, der folgt mir wahrscheinlich nicht auf Instagram. Instagram? Instagram. Instagram. Instagram, Bruder. Sorry, folgt nicht auf Instagram. Also schön hier auf Instagram rein. rein abonnieren. Das ist auch der erste Punkt. Und zwar habe ich auf Instagram ein bisschen was, hat sich auf Instagram ein bisschen was getan. Und zwar habe ich jetzt Reels am Start. Also ich probiere mich in diese Reels-Welt hinein zu wagen. Und da irgendwie mein Glück zu probieren, weil mir das Ganze eigentlich ziemlich Spaß macht. Und weil ich da mehr freie Schnauze euch meine Meinung zeigen kann. Das war jetzt Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass ich, auch auf Instagram verkündet, jetzt einen eigenen Discord-Server habe. Wow, Wambo hat jetzt einen Discord-Server. Und zwar heißt er natürlich passenderweise Bikini Bottom. Und auf den könnt ihr jetzt zugreifen. Ich habe in meinem Kanal-Trailer den Link zum Discord ausgebessert. Und auch bei Instagram und auch bei Twitter. Aber dazu kommen wir gleich. Und auch bei Twitch könnt ihr jetzt auf den Discord zugreifen. Das heißt, falls ihr noch einen Server sucht mit Musikbots, mit Sprachkanälen, mit Textkanälen, einfach zum Schreiben, wo ihr halt mit euren Freunden zocken könnt und auch Fan von mir seid, dann seid ihr herzlich eingeladen, da auf meinen Discord zuzugreifen. Wie gesagt, der Link ist entweder auf dem Kanal-Trailer, was jetzt noch online ist, oder eben auf den ganzen Social-Media-Plattformen. Gut, ja, wenn wir schon beim Social-Media-Kanal sind, dann kann ich euch gleich sagen, dass ich jetzt auf Twitter mittlerweile unterwegs bin. Ich weiß, Twitter wird immer so als stiefmütterlich behandelt. Aber ich mag Twitter einfach eben wegen, da kann man eher persönlich miteinander schreiben. Und es sind nicht so viele Leute auf Twitter unterwegs wie auf anderen Social-Media-Kanälen. Und man kann mehr Interaktionen mit seiner Community haben, was ich eigentlich ziemlich schön finde. Ja, Wambotweets heiße ich dort, ist jetzt unten eingeblendet. Gut, wie gesagt, folgt mir gerne auch da und dann können wir uns in Zukunft persönlicher unterhalten. Eben Diskussionen, Abstimmungen und so weiter wird in Zukunft alles auf Twitter stattfinden. So, ein kurzer Linser, was habe ich mir noch aufgeschrieben? So, die nächste Mitteilung, was ich euch machen möchte bezüglich Twitch. Also ihr seht, heute geht es viel um Social-Media. Und zwar, ihr seht, dass ich hier auf meinem Twitch-Kanal hier, Twitch-Overlay unterwegs bin. Und das hat folgenden Grund, letztens finde ich die Stimmung chillig und das ist auch mein Just-Chatting-Overlay. Und ich habe meinen Twitch-Kanal ein wenig überarbeitet und der wird nächste Woche noch besser. Offline-Banner, Kanal-Trailer und so weiter und so fort. Aber ich habe endlich einen fixen Streaming-Plan. Halleluja, das was der Wambo im ersten Video angekündigt hat, dass er regelmäßig streamt, beginnt er jetzt einzuhalten. Naja, egal. Auf jeden Fall ist jetzt am jeden Mittwoch und Donnerstag, also Blödsinn, jeden Montag und Donnerstag ist jetzt am ab sofort ab 18 oder 19 Uhr Streaming-Zeit. Und das ist fix. Ob ich ein drittes Mal in der Woche Stream am Wochenende gebe ich dann immer spontan bekannt, das kann ich euch jetzt nicht versprechen. Aber Montag und Donnerstag um 18 oder eben 19 Uhr ist immer fixe Streaming-Zeit, dass ich das jetzt einmal hinter mir habe. Gut, und wie gesagt, eben Wochenende nur spontan. So, ein Linser auf, wieder ein Linser auf meinen Stichwort-Zettel. Was habe ich denn noch? Genau. Ich habe ja angesprochen, dass Twitch, dass ich jetzt auf Twitch einen Kanal-Trailer machen werde. Und auch habe ich vorher angesprochen, den Kanal-Trailer, mein allererstes Video. Alter, look at me. Ich kann mich selbst nicht mehr ernst nehmen. Ich cringe so weg bei meinen ersten Videos jetzt schon. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Kanal-Trailer überarbeiten und dann raufladen, neu machen, damit ihr jetzt endlich einen würdevollen Kanal-Trailer habt für die neuen Leute, die auf meinen Kanal kommen, damit sie mich besser kennenlernen als das cringige Mess, was ich damals am Anfang meiner Videos war. So, und der letzte Punkt ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und zwar, Radical Red wird in Zukunft nicht mehr kommen. An alle, die jetzt Radical Reds gemocht haben und sich wundern, warum das Ganze ist, let me explain. Und zwar, Radical Red ist ein Spiel, was nicht zum Nasslocken da ist. Das habe ich euch ja schon in der ersten Folge Radical Red erzählt. Und ich habe Bock gehabt, mich auf ein schwereres Game einzulassen. Das Problem ist, Radical Red ist mittlerweile von hier, wenn hier Pokémon Platin ist, ist hier oben Radical Red, hier irgendwo fucking hier oben. Und dieses Spiel beansprucht halt wirklich Planning, dann gut, da muss jeder Move so precise gemacht werden und man muss so viel durchplanen. Jeder Kampf muss präzise durchgeplant sein und das ist einfach nicht meine Spielweise. Ich möchte lieber einen Nasslock haben, wo ich Bindungen zu meinem Pokémon aufbaue, wo mir jeder Tod wehtut und wo ich nicht bei jedem Whiteout von neu anfangen muss, muss alles neu hochtrainieren und eine grindige Mess habe, an dem ich mich in einen Trainerkampf nach dem anderen reinstütze und Brandon oder Lieutenant Surge, wie gesagt, oder Misty fünf, sechs Mal probiere, bis ich endlich Progress mache. Das macht mir keinen Spaß, das werdet ihr wahrscheinlich auch gemerkt haben an den Aufnahmen. Das macht mir keinen Spaß zum Aufnehmen, nicht zum Zocken, zum Schneiden und gar nichts. Deswegen wird Radical Red entweder, es wird auf Twitch verlegt, wo ich mal Bock habe, vielleicht irgendwann einmal in einem Jahr oder in eineinhalb, das Ganze durch zum Zocken, wenn ich schon mehr Pokémon Competitive Erfahrung habe oder eben es, aber wie gesagt, im Moment, ich will euch nichts versprechen, im Moment ist jetzt Radical Red einmal stillgelegt. Ich werde das Ganze ausgleichen mit einem neuen Projekt, was ich mache, und zwar wird das wieder ein Nuzlocke werden, weil, weiß ich nicht, ich mag Nuzlocke und ich spiele die voll gerne. Und was für ein Game, weiß ich noch nicht. Entweder es wird Schwarz-Weiß oder Weiß 2 werden, das das normale Game. Oder es gibt von Drejano in die Richtung schwerer, ich glaube Sacred Gold und Storm Silber ungefähr so in die Richtung. Gibt es ein cooles Game, einfach die Gen 2 wieder besser aufbereitet, eben, ich glaube, mit der HeartGold und SoulSilver-Engine oder so in die Richtung. Einfach wieder besser aufbereitet und ich habe Gen 2 eigentlich eh nie so richtig gespielt. Also ich glaube, es wird schon Sacred Gold oder Storm Silber werden. Das wird die neue Nuzlocke sein. Ja, eine weitere Sache, die sich verändern wird auf meinem Kanal, ist, dass ich versuche, in den Kack-Algorithmus von YouTube zu kommen. Ah, ja, auf jeden Fall, ich versuche jetzt wirklich drei Videos die Woche rauszuscheppern. Zweimal Nuzlocke-Video, einmal Twitch-Highlight-Video, weil jetzt habe ich hoffentlich genug Stoff für Twitch-Highlights. Also wie gesagt, zwei Nuzlocke-Video, ein Twitch-Highlight. Dann werde ich mich vielleicht, wenn die Zeit sich noch erübrigt, YouTube-Shorts machen, weil ich habe jetzt nicht wirklich, also ich nehme mir jetzt da wirklich viel vor. Aber ich versuche, das durchzubringen und euch wirklich guten Content zu bieten. Gut, da muss ich halt dann noch Intro, Outros machen, Overlays und so weiter. Also wundert euch nicht, wenn vielleicht die erste Folge erst am Mittwoch rauskommt und die zweite dann dafür am Freitag. Gut, das waren jetzt eigentlich, glaube ich, alle Neuigkeiten. Es waren im Endeffekt mehr. Also wie gesagt, folgt mir gerne auf meinen Socials. Muss halt hin und wieder auch so sein, ein Video. Ich habe mir jetzt Urlaub gegönnt. Ab nächste Woche wird wieder richtig rausgescheppert. Ich freue mich riesig auf die neue Nuzlocke und auf jeden Fall auf die neuen Veränderungen auf meinem Kanal. Wie gesagt, schaut gern auf Insta, auf Twitter, auf Abonnieren hier auf YouTube. Schaut gern bei meinem Discord vorbei, das würde mich echt freuen. Ich habe da echt eine Menge Arbeit reingesteckt. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag, habt noch eine schöne restliche Woche. Und wir sehen uns dann nächste Woche mit der neuen Nuzlocke wieder. Oder mit Twitch-Highlights. Je nachdem, was am Anfang rauskommt und wo ihr dabei seid. Oder auch am Montag schon beim Stream. Auf jeden Fall. Folgt mir auf Twitch, folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Discord-Server, Instagram. Ihr kennt den ganzen Schramusel. Wie gesagt, schöne Woche noch. Und wir sehen uns bei der Nuzlocke oder entweder im Stream. Also, bye bye.